Äh Verpiss dich du scheiß Leader, verpiss dich einfach nur Jetzt irgendwas ist da, komm, kein, ein Attribut, Warta, boah, hilft dich, na so viele Jahre Wie viele brauchst du noch? Einen Pass auf, und für das eine brauch ich jetzt noch ne halbe Stunde oder so Boah, fertig, ey, boah Heftig, heftig, jetzt ist mal, komm, komm, follow me, follow me, du Ey, hier ist ein fettes War-Romancer E-Mann Echt? Ja, das müssen wir gleich machen, ich muss ihm die Quest annehmen Okay Wo ist das? Channel 0 Äh, ich seh's aber nicht Aber warte, noch nicht an, noch nicht an hinten Ähm, äh, das ist nicht Agro auf mich, und ich seh's nicht So, angenommen, fertig Ähm, Digger So, ich hab da wirklich, ja Ich seh's nicht Ist das wahrscheinlich, oder? Ist das die? Speak with Hawk, man Nein, ich kann rüber gehen, ich muss die doch nicht machen Gut Oder warte, ich geh mal hier rüber Vielleicht kommt da noch ne Quest, die ich machen muss Alter, ich hab nen Water-Attribut, verpiss dich mit dem Water-Attribut, ey Jetzt hab ich Platz wieder für deine Sachen, die du mir geben wolltest Ja, dann schreib mich an Ja, Moment Lauf mal eben hier weiter, vielleicht kommt hier noch irgendeine Quest Das ist ein Rabbit Und ich hab die UPS bekommen Zwei Euro Waffe Und krieg ich hier noch ne Quest? Ohhhhhhh Nein Es gab da noch mal ne Quest mit Monster-Ehmann-Captain und so'n Scheiß, oder? Nö Gibt's das nicht mehr? Nö Doch Da hab ich's, da hab ich's doch Defeat Barker und Captain muss ich jetzt noch machen, alter, das war mal im Digi-Weiß So ne Scheiße Oh, 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 nein Schaffst du den alleine? Barker und Captain, klar Okay Ja, ich geh da mal kurz runter Mach dat Kyle Kyle Felix Was machst du? Ich Bin grad dabei mein Inventar abzuräumen Böööö Und günstig Scar of Water Crystals zu kaufen Ich hab ne Sprachnachricht gekriegt von Boah, dieses Handy fuckt mich auch ab, warum hab ich mir dieses Handy geholt? Und Auch Memory Chips 2 Memory Chip WMF Richtig geil, dachte Wie soll mein Stream gucken? Guck mein Stream Alles klar So, Wemon, Wemon komm raus Wemon, komm raus Joos Backemon Captain Oh das ist ein Rabbit Wow Und der Gravekeeper ist auch jetzt da immer dann, wenn ich das schon alles nicht mehr brauche sind die wieder überall, eh Da ist noch ein Gravekeeper Es sind sogar zwei Stück hier So, jetzt den Käpt'n neu im Killen Boom So, fertig Muss ich hier denn abgeben, die Quest? Da oben Aua, was war das? Ich weiß es nicht Ich bin jetzt auch auf Mo Hast du das auch gehört? Dieses BÜP Ja Heftiger Shit Das Spiel ist Hawkman Ich kann also schon in der nächsten Map anfangen Mache ich aber noch nicht Ich will hier alles durch haben, ey Alles mitnehmen, was geht So, Digi-Weiß hat wieder geleuchtet Wir müssen jetzt killen Gar nichts Lord of Fire Gut Ich glaube, jetzt habe ich alles Aber man musste doch immer noch Monster Emon Dingens killen, ne? Hier, ähm, die Käpt'n-Dinger von denen oder so, ne? Ja Das weiß ich, weil daran bin ich verreckt Aber die Queste habe ich nicht bekommen Alles klar Hm, vielleicht kriegst du die ja jetzt oder so Wenn ich da reinlaufen in das Gebiet wieder Alter, da verkauft er da zwei Apo Äh, der Top will an da zwei Apo-Items gegen zwei Schein den Kaiser holen Ja, Apo ist hier 40 T-Wert Du machst eigentlich relativ Gewinn damit Mit zwei Apos So, jetzt gucke ich mal Ich glaube, ich gehe mal aus dem Off Hauen wir erst mal die Gift-Words raus So Dilkshorn, Wumann, Necklace, 30 Terra, alles klar Watt, weil wer haben Watt, ich guck mal, wenn ich weiter reinlaufe, ob ich hier noch eine Quiz kriege Wenn nicht, dann habe ich jetzt endlich geschafft und bin fertig Und ich bekomme Eine Quest Jawohl, ich kann rüber Endlich Endlich Nach Lost Historic Site Oh, Varumon, Zaevon, Troublemaker Troublemaker Hast du die Quest jetzt? Wo bist du jetzt? Bist du jetzt aufgegangen aus dem Ohr? Ja, habe ich doch gerade gesagt Mann, 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 Mann Ich füge den Skin an von Varumon 2, Mann Das habe ich gehört Das habe ich gehört Jetzt füge ich den Bann Ich muss Ich muss Ich muss Ich habe es recordet Ich muss noch nicht mal mehr die Quest dafür machen Musst du nicht? Nein Ich habe keine gekriegt Alles klar Ich gehe jetzt rüber nach Lost Historic Site Nice Habt ihr jetzt die Quest bekommen für Hawkman Aber ich weiß noch, wo Lost Historic Site rauskam Alle haben das vollgefeiert Yeah, endlich kann man das durch Durch den Scheiß, durch den Scheißportal und so Oder wo ich so geguckt habe Ich so, hä, was für Speak with Hawkman, Alter Hier gibt es keinen Hawkman, ne? So, Lost Historic Site Da sind wir am Start Und jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause hier Ich gebe die Quest hier noch ab Ich habe einen Follower gekriegt Von dir Wow Hab ich mir mal gedacht, ja gut Ich dachte jetzt so Und das Internet aufrafen Kann ich mir verloben So, jetzt mache ich eine kleine Pause Fünf Minuten oder so Ah, erstmal ausstrecken Ah, live Live Wann ist der denn, Leute? Der läuft schon seit drei Stunden Hast du einen Befehl für die Uptime? Nein Brauche ich nicht Ich habe andere Guck unten, da stehen alle Comments Boah, krass Übel Ah, jetzt kann ich noch eben schnell was machen Hier, kleine Pause Jetzt hör auf da Die ganze Zeit durchzuspannen Ich fress jetzt hier Ich guck mal wie der Dip schmeckt Ich probier mal Ich krieg die Ding hier auf Ah, jetzt Weil der sieht schon so AA-mäßig aus Nennt mal, der schmeckt voll scheiße Der sieht aus wie Ketchup, ey Ich probier mal Das war mein erstes Spiel Wo war ich jemals gespielt habe Oh nein Nein, das schmeckt aber nicht Ja, trotzdem futtern Habe ich jetzt gekauft Techno-Bales Ah, gefällt mir da, Lacker Wieso? Wir hatten wegen einer Weltdefability-High Für 20 Terra gefunden Sag mal, es stinkt Die ist Der Hashtag Tanze, äh, riecht dich was, Felix. What? Im Stream, koch doch. Felix, du riechst besser. Was für ne Frage? Er meinte irgendwie, warum beantwortest du meine Frage nicht? Hat er geschrieben. Äh, Frage, was war das Schlimmste, was du jemals abgezogen hast, was rechtliche Schritte nach sich gezogen hat? Er hat in der Öffentlichkeit uriniert. Ich hab ein Kinderbär nur geklaut. Wir machen Spaß. Ey, wenn du in der Öffentlichkeit urinierst, bekommst du halt Bußgeld. Ich weiß. Wenn du nackt rumläufst, auch. Echt? Ja, Erregung, öffentlichen Ärgernisse. Nicht unbedingt. Nein. Ich laufe aber gerne nackt rum. Ich laufe gerne nackt rum. Felix, gibt's dein nächstes Fan-Treffen in der Sauna. Im Sauna-Club. Ja klar. Fotogalerie. Da müssen wir mit bei sein. Da müsste noch ein Bild von mir sein. Da sind wir doch. Haha. Gefunden. Bild speichern. Jetzt wurde ich im Teenie-Speak auch noch angeschrieben. Nicht von mir. Biba Butzbühne. Biba Butzbühne. Wie kamst du den Namen Sheralox? Einfach so. Als ich WoW gespielt habe oder angefangen habe. Das könnte man eigentlich auch noch machen. Wir könnten uns irgendeinen P-Server raussuchen und zocken. Wir können auch Offi zocken wieder. Nee, Offi habe ich kein Bock zu playen, aber P-Server kann man doch auch noch machen. Das war der Hose. Mal. 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 Mal.